Herzlich Willkommen! Wir versuchen hier nochmal unser Glück. Und zwar, erstmal werden wir hier dieses Fass austauschen. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Und jetzt gibt's Action mit dem Laser. Bam! Desintegriert! Und zwar alle! So, Gott sei Dank. Ich will jetzt den Speicherpunkt haben. Hoffentlich gibt's hier einen. Ich port mich hier schon so rüber. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Wie kommen wir denn da durch? Da ist ein kleiner Durchgang. Checkpoint! Hervorragend! Damit haben wir das auch gespeichert. Wir können jetzt wieder nach oben fahren. Ist denn unser Objective ist wo? Ja, hier. Wir müssen nach oben fahren. Wir haben hier alles abgegrast. Ähm, da ist nochmal ein kleiner, dieser kleiner Raum, da sind wir nicht reingekommen. Wenn ihr das irgendwie hingekriegt habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Was ist das denn hier? Transport. Da müssen wir aber nicht hin. Oder? Äh, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wo müssen wir denn hin? Guck mal, A, Switch Objective. Wir haben kein Objective. Ähm, Final Energy is alive for sure. Wo steht denn hier was? Ich sehe nichts. Quarantine. Da ist unser Checkpoint! Da müssen wir hin, oder was? Ne, das ist die... Hä? Ich bin gerade sehr verwirrt. Sollen wir da hin? Ich bin mir nicht sicher. Oder sollen wir hier hin? Zum Transport. Dann wäre diese ganze Sache jetzt gerade umsonst gewesen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Können wir auch nochmal reingucken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe jetzt mal da rein. Wir fahren nach oben. Damit, äh, glaube ich, kommen wir irgendwo hin, wo wir noch nicht hingekommen sind. Command Center? Naja, das Command Center, glaube ich, haben wir schon mal. So, kennen wir das? Da ist noch eine neue Challenge! Ich glaube, das ist alles neu. So, Tomatensauce! Und, äh, hier... Was ist hier los? Be cautious. Habe ich gerade lesen können. Ich habe mehr nicht gehabt. Das hier scheint irgendwie so... Auch wieder so ein Minienweg zu sein. Oder irgendwas Ähnliches. So. Oh, guck mal! Unser kleiner Typ hier... Oh, ähm, Skype melde sich gerade. Unser kleiner, ähm, Typ, der ist, äh, frei. Der ist nicht mehr in uns drin. Insofern könnten wir ja mal in die Challenge gehen. Mal gucken, was da so passiert. Advanced Swap. Gucken wir mal. Kill all humans, vielleicht. Warp your way to the finish as quickly as possible. 3, 2, 1, 0. Fail. Habe ich jetzt... Äh, nicht verstanden. Ah, doch. Ich habe, glaube ich, äh, doch mitbekommen. Das ist ja kein... Keine Möglichkeit, da die Fässer abzugreifen. Ich dachte, vielleicht muss man da irgendwie die Fässer nehmen oder sowas. 3, 2, 1, 0. So, jetzt los haben wir. Ah, die reißen uns einfach mit. Und man ist tot. Hm. Das ist ja merkwürdig. Ich kann trotzdem versuchen, in die Fässer reinzugehen mal. Was das bringt. Nee, ist gar nicht. Das Fass fliegt irgendwie woanders hin, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob das hier überhaupt richtig ist. Da bin ich nach unten. Da bin ich nach unten geportet. Was ist denn mit dem hier? Da möchte ich rein. Nee, da kommst du nicht hin. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht noch erst was brauchen. Von hier irgendeine Fähigkeit oder so, bevor wir das machen können. Aua. Oh, damn it. Die habe ich nicht gesehen. So, wir versuchen das nochmal hier. Also, Warp, Swap, Echo und Launch. Das sind die Available Powers. Ähm. Hm. Weil Launch kann ich ja nicht... Was passiert denn, wenn ich hier reingehe? Gar nichts. So schnell kann man da ja gar nicht... Man sieht ungefähr, wo das Ding ist. Dieses Fass. Aber so schnell kann ich das nicht... Doch! Wo ist das Fass jetzt hin? Hm. Hm. Strange. Also, wenn ich da irgendwie hinkommen könnte... Oh, komm ich ja nicht. Leute, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich brauche hier noch eine Fähigkeit. Und die habe ich noch nicht gekriegt. Oder... Ich weiß es nicht. Und wenn hier ein Fass drin wäre, dann wäre das was anderes. Aber das hier, das hat ja nur... Das ist ja nur so ein Zirkel. Das läuft immer rund, rund, rund. Und passiert nichts. Hier bin ich jetzt echt überfragt. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf der Karte weitersuchen. Denn irgendwie ist das ja auch merkwürdig, dass jetzt dieser kleine Typ außerhalb ist. Und wieso fliegt der immer da rum? Oh, nein! Oh, damn it. So. Finde ich ja alles sehr strange. Geh jetzt mal hier rein und guck mir das mal an. Das sind so wie Minen. Die explodieren einfach nur. 20 Kilometer sind wir inzwischen gereist. So. Der will unbedingt da rein. Aber die Challenge check ich nicht. Na, haben wir es geschafft. Irgendwie müsste ich das Fass hier... Es gibt nur ein einziges Fass. So, geht er jetzt nochmal. Ich drücke hier immer relativ schnell. Guck, dass ich das irgendwie kriege. Aber scheint nicht zu funktionieren diesmal. Ah, das Fass fliegt dann immer raus. Das ist weg. Verstehe ich nicht. Und dieses kleine Teil, das will immer unbedingt da rein. Launch ist ja das, was man die Fässer irgendwie wirft. Das ist doch alles irgendwie unlogisch. Ich bin völlig überfragt hier. Die Challenge raffe ich nicht. Ich versuche jetzt mal weiter zu spielen. Das müsste ja nicht gehen. Das war, indem wir das Ganze hier schön uns immer hin und her teleportieren. Und zack. Und wir weiter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das irgendwie hingekriegt habt da. Würde mich natürlich freuen. So, jetzt mal gucken, ob ich... ...mit dem Ding vielleicht den Typen da wegmachen kann. Das macht ja immer noch am meisten Spaß irgendwie. Wir können da rüber, wir können da hin, wir können hier... Ups. Einen Fass rüberhauen. Was ist hier? Ah, da ist der Typ. Puh, das ist weit geflogen. Ich weiß nicht, ob ich da so weit komme. Nein. Da müssen wir das anders machen. Da müssen wir ein bisschen weiter hinten das losschießen. Damit wir auch recht... Also nicht zu weit... Obwohl, das ist immer noch ziemlich weit. Dammit. Ich kann ja jetzt nicht alles voll machen mit Fässern. Vielleicht kann ich den Körper einfach benutzen. Ja, das klappt. Oh. Der geht mal baden mit einem Schuh, ist er noch draußen. So, wir können hier rein. Und mal gucken. Hier haben wir so eine Datensache. Was ist denn mit diesem kleinen fliegenden Ding? Ich check das gar nicht. Der fliegt jetzt irgendwie immer an Sachen hin, die wichtig sind anscheinend oder so. So. Der Typ, der braucht schon ein bisschen länger, aber nicht lang genug, habe ich so das Gefühl. Das wird gar nicht so einfach. Hoffentlich dreht er jetzt nicht um, wenn ich wieder warpe. Oh nein, meine Fähigkeiten sind weg. Glück gehabt. Ich kann ja hier mich drin verstecken, sodass er mich nicht sehen kann. Nein, 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 nein. Boah, jetzt haben sie uns aber echt die Speicherpunkte nicht gerade einfach hingelegt. Muss ich ja mal sagen, dass wir hier mal alles dreifach machen müssen. Gucken, wer schneller ist. So, kommen wir hier rüber mit seinem Körper. Und jetzt gucke ich erstmal nach unten. Oben haben wir ja schon grandios versagt. Eine Toilette. Oh, und da sind Süßigkeiten. Auf der Toilette Süßigkeiten essen, die man findet, ist ja eigentlich nicht so eine gute Idee. Man muss jetzt immer eine andere Möglichkeit finden, diese Typen hier wegzumachen. So, aber der Bereich oben, das ist das einzige Mal, dass ich hier hinkomme. Deshalb muss ich jetzt hier irgendwie weiter. Ach, schon. Diese Minen, die sind so ein bisschen unangenehm. So. Dann wollen wir mal warp. Die kriegen uns immer. Wir müssen eigentlich durchlaufen und im letzten Moment warp'n. So. Das hat er. Hier, kidi, 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 kidi. Eine Stelle. Hier gibt's nix. Geh wieder weg. Damit ist unsere Deckung aufgeflogen. Oh, ich versteck mich. Nein, kann ich nicht. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah, damn it. Na gut, Freunde. Ich glaube, das werde ich dann bei der nächsten Runde nochmal versuchen. Vielleicht spiele ich das mal gerade offscreen durch. Weil das habt ihr jetzt ja doch schon ein paar Mal gesehen. Guck mal hier, guck mal. Einfach so durchlaufen. Ohne, dass man den ganzen Trarada erhält. So, und fort. Der hört, glaube ich, immer, dass wir... Ja, ja, ja. Ja, der kriegt das mit wegen den Granaten. Verstehe. Das heißt, wir müssen, sobald das explodiert, einfach sofort loslaufen. Gucken mal, ob das klappt. Und zurück. Marschieren, bitte. Nein, nein, nein. Oh, Mann, ich war stehengeblieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.